Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of the Abyss. Wir treffen auf Ash mitten unten im Quilop, Quilop, wie auch immer, im Untergrund in New York City. Obwohl er eigentlich nicht vier sein sollte, und jetzt werden wir mal gucken, was er von uns möchte. Wie ist denn, du bist hier? Wie ist denn das hier? Ich bin noch nicht verletzt, aber ich bin noch nicht verletzt. Das ist wirklich, ich bin noch nicht verletzt, oder? Wollt ihr eigentlich einen Geist über mich? Ich bin noch mehr am Anfang, wenn ich mich am Zeit, dass ich das Bann noch anhoher schuss habe? Ich kann dieses Ding machen. Ich bin lieber immer noch nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich werde dir nicht verletzt. Ich werde mich nicht verletzt, oder? Ich mag nicht! Es macht kein Räplikas! Du hast es auf meinem Geist zu Gäuble! Der ist so ein Räplikas! Ich glaube, ich mache mir die Räplikas... Du hast noch nicht erachtelt? Du hast es keine Wurzeln! Was? 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 Du hast mich verletzt. Luke Aish, stop! Ich bin, wie du mit meinen eigenen Hände machst? Ich bin, ich bin ein Volk von Bachtel. Ich habe mich mit einem Schmutz, als ein Verwalt zu verletzen. Und ich bin der Fall, was du im Verwaltungsgericht mitbekommen hast. Hä? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Ja! Du bist mein Verwaltungsgericht, einer nur Replika, doch du bist! Was? 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 Klon unser Luke der Klon von der Asche Schül der um der echte Luke im Prinzip ist aber ein anderer Name annehmen musste also ein brennt ein Kampf zwischen mir beziehungsweise Luke natürlich und Asche ja ich weiß nicht ob man es kann gewinnen muss Sagen wir mal er verlieren kann auch ohne Probleme ich werde versuchen den Kampf zu gewinnen ganz einfach ach 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 so ne tp war ich nicht so 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 praktisch einfach von weg zu laufen und zwar so eine Taktik äh Techniker wird natürlich das ist immer ganz schlecht 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 aber ich bin tot okay man kann ja mal gewinnen das weiß ich das habe ich auch schon mal geschafft ich weiß aber nicht mal was man davon hatte dann zeige ich eben das andere naja ja wir halten den Titel Replika Modell ja wir halten den Titel Replika Modell ja wir halten den Titel Replika Modell Und an dieser Stelle wechselt das Spiel dann. Warum bin ich mit Asche? Asche! Ich habe gehört. Schau mal aus. ich dann gewinnen und dann werden wir weiterspielen also gleich ja hör auf zu lügen das waren seine letzten Worte das hier ist für die Leute die sich fragen was passiert wenn man gegen Asho gewinnt das muss ich sagen erstens dieser Kampf ist recht schwer für Luke alleine zweitens Asho hat 10.000 HP Luke allein ist ähm wie ihr seht er kann taubern wie gesagt zurück kann Asch zaubern und wie man sieht gibt es eine cutscene ähm nach dieser cutscene ist er mindestens doppelt so nervig denn er kann solche Techniken wie Feng Blade Havoc dann auch gegen untersetzen das war überlegter Einsatz von dem Overlimit ähm wichtig hierbei zu beachten ist halt Rerun ist nicht unbedingt das was einen hier vor Schaden beschützt denn dieser Schwerdstatt kann er ziemlich gut direkt treffen und wenn man ein wenig hören muss ist das definitiv keine Schande sie haben immer wieder eine Auer die Situation zum Halten ist wenn er eine ähm Technik wie Feng Blade Havoc einsetzt oder die Glässe verbindet damit und alles was man dafür bekommt ist mehr Erfahrung und mehr Galt ansonsten würde ich es mir ein und natürlich sind die Szenen ein wenig anders auf der schweb also auf auf Ich habe alles geblieben. Ich bin nicht befreundet. Das ist ein Scheiß. Ich bin... So oder so den Replika-Model-Title? Ich hätte hier sagen keinen Titel. Hast du das, Ash? Warum hast du das, Ash? Ash! Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Es ist einfach, ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Was ist das? Warum hat man sich ja von euch vor, Ash? Kasier, wenn man sich gehört. Man kann es nicht. Man kann es nicht. Das ist es, dass ich eure Honyimh心臓 führe. Ich habe das Lepräsica bekommen. Ich habe das Lepräsica über die Lepräsica geschlossen. Ich habe das Lepräsica über die Lepräsica geschlossen. Ich bin der Lepräsica auf der Lepräsica, und der Lepräsica nach dem Lepräsica. Ah... also jetzt? Die Säge von den Kommen? Die Säge von den Kommen! Die Säge von den Kommen! Na ja, die Säge von den Kommen nicht für dich! Hör doch mal zu schuld! Mach doch mal! Soll ich einfach mal machen und dich töten, Luke. Ja, zur Hölle damit bist du sowieso nicht, ja. Ja, ja. Luke und Aschropa deiz. Wie kann ich nicht動fen? Huh. Das ist so ein Problem von den Räplikern. Das ist so ein Problem. Du wirst nicht schlafen. 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 Was? R nasse ab! Und Luke. Und Luke kann Ascho nicht kontrollieren. So wenn wir jetzt runtergehen, finden wir ein neues Rezept und zwar... Rame. Yeah! Scheinbar bleibt Tier hier unten. Die anderen gehen nach oben. Interessant. So, und da bin ich wieder nachdem ich... Ich habe mich ein wenig vorbereitet. Kein Grund, da hinzugehen von mir. Achso, darum geht's ins Zimmer von Thier. Ja, da liegt er jetzt... Lukes Körper. Und Aschus... Aschus... Fehleinschätzung. Warum haben wir uns mit den Kaisern gesammelt? Ich habe mich nicht so schockiert, aber ich habe es nicht gesammelt. Was about? Dann habe ich noch nicht eingeladen. Nein, ich will nicht die Einstellung von bei uns, was ich? платit. Das ist eine Art of Dennis? Das ist. Aber ich habe dich geäbt und gesagt, dass ich dich aus von bei uns vorhanden und ausfragen. Ich gehe weiter aus, und habe mich zu machen. Ich hatte die Einstellung der Leidenschaft. Und wir regeln die Einstellung von bei uns vorhanden. Ich wollte dein Gegenstand zur Vision. Sollte... so, das war das, das war das... Du hast dir das erzählt, und du hast das verstanden? Werde, was du verstanden hast... ... du hast dir gesagt, dass du dir nichts mehr verstanden hast, oder? Das... ...und... ... ich war so ein Reprika, und ich war so ein Reprika, was ich für mich verstanden habe. Der Bürgermeister ist in der Mitte. Eine sehr seltsame Stelle zwischen den beiden. Aber das heißt auch, Natalia sollte eigentlich Ascho heiraten. Also... Im Prinzip Luke, klar, aber momentan jetzt, so wie er heißt, halt... Ascho... oder Esche... oder... Äsch... Oder Asch... Schwer zu sagen. Ja, das ist der wichtigste Platz hier, würde ich auch sagen. Was ist mit dir? Das ist schlecht. Was soll ich denn machen? Schweigen, schweigen. Mhm, er braucht Apfelgede und zwar drei Stück. Ja, bitte. Du redest nicht viel, du bist ein letzter Typ. Halt die Klappe. Find ich mal gut so was. Okay, cool. Was ist mit dir, Guy? Was macht Luke? Er schläft. Okay... Gai vertraut diesem... ...echten Luke nicht. Guck, was hier unten noch so ist. Eine Anise ist hier unten. Hallöchen Anise. Das stimmt allerdings, die Farbe hier, wie man immer oben gelebt hat, sind jetzt alles solider. Ist nicht gerade angenehm. Den Mut zum Feld sollte ich jetzt noch nicht. Ich sollte erstmal zum Bürgermeister von Julia City und wie wir erfahren haben, gleichzeitig der Großvater von Tyr. Da fragt man sich, wer der Vater war oder die Mutter, aber vielleicht war die Mutter ja Julia. Ich weiß es nicht. Aber nein. Da 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 da. Ja, man könnte sich hier Sachen kaufen. Ähm, brauchen tue ich hiervon aber nichts. Nee, nicht wirklich. Ja. Ja, aber stimmt, man kann Sachen nicht einfach umsonst wegwerfen. Äh, äh, jetzt wegwerfen. Abtreten. Was mit dir, Eon? Ja, die denken hier nicht gerade gut über den Score, schätze ich mal. Ja, die denken hier nicht gerade gut über den Score, schätze ich mal. Also, ähm, diese Weisssagung. Oder sagen wir aber eher Prophezeiung. Watt, if you enter nothing will happen. Was heißt, sag das nochmal. Egal. Das ist die Julia Road. Okay. Oh ja, if you enter nothing will happen. Ja, das stimmt, das stimmt. So, ich werde jetzt hier an Katanegro. Wir sehen uns nochmal beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich auf den Weg mache zum Bürgermeister, beziehungsweise endlich den Bürgermeister besuchen gehe. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss Leute.